Ohohohohoho! Ähm, intern in der Gruppe haben wir das besprochen FPS, hallo FPS Wo sind die Beine FPS hin? Ich versteh das nicht, warum mein FPS so Swappen Mal weg Was sind das für Viecher? Und vor allem ist das richtig nervig Die zu töten, wenn die FPS So spacken bei mir gerade Geh weg Geh weg Geh weg Mann So, Moment mal Ich muss mal eben kurz cutten Da sind wir wieder So, ja jetzt läuft's wieder, okay Ähm, ja, stimmt manchmal nicht Ich muss dann das Spiel nochmal neu starten, dann geht's einfach Nervig Was sind das alles für Viecher hier? Ja, genau, ich wollte es mit meinen Truhen mal schauen Wir haben zwar auch eine Aufgabe bekommen So enthalten in der Gruppe, was genau, weiß ich nicht, ob ich das verraten darf Oder so Ähm, da sollen wir so Monster töten in Höhen Ich hab ja ein Plünderungs-Einschwert Müsste ich eigentlich mal helfen Alter, was bist du? Hau doch ab! Hau ab! Okay Ja, und mit den Leveln, ähm, also mit dem Kampfleveln meinten Leute Dass ich, ähm, irgendwas sammeln muss, so Irgendwas mit Blutbeutel Also mit Beutel muss ich das Blut sammeln Irgendwie sowas Wurde mir gesagt Was genau damit jetzt gemeint ist, weiß ich nicht Was nervt das? Was sind das hier für Viecher jetzt überall? Was soll ich mir hier nebenbei erklären? Da sind immer diese Viecher Ähm, genau Wo ich jetzt genau meine Truhen lagern möchte Das weiß ich noch nicht Muss ich mir, hab ich mir noch nicht überlegt Dai Warum sind hier so viele Monster? Stirb! Geht direkt Ey Ey Lässt du wohl das arme Skelett in Ruhe? Warum brenne ich? Walker Wo kommen die denn alle her? Ähm Ähm Warum brenne ich die ganze Zeit? Und weil ihr Leben? Soll das was sein? Ah Panik Was ist jetzt eigentlich in der Dimension? Ich hab Angst da rein zu gehen tatsächlich Oh Verschwinde bloß Sind bei dir auch So viele Monster? Finde ich noch mal Bin ich nur am töten Weil ich meine Ruhe haben will Mann Nervig So Bin in der City Also ne Ja, ich auch Das wundert mich ja deshalb Genau Ich bin tot Na gut Na gut Haut rein, Digga's! Ich muss ne Folge aussetzen! DeutschlooooNnaaan! Moment, ich wurde angestupst! Channel Swift Sound resumed. Hi, hallo was geht Digga? Warst Du eine Folge für morgen? Ja klar! Also das ist alles ok, weil meine Folge kommt auch morgen. Ja ist ja dein cookie vorher da. Meine kommt vor deiner leider, ne? Ja, genau. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ne, da waren irgendwie so viele Monster. Habe ich nochmal gekämpft und da sind so Viecher, diese Walker und die haben mich die ganze Zeit angezündet und dann bin ich verbrannt. Oh. Ich arbeite gerade gegen den Gott. Warum? Hier in unserer Stadt ist überall so Netherwagg, der angezündet wurde und ich baue den überall ab und ersetze den mit Erde gerade. Das finde ich nicht gut, dass du gegen Gott arbeitest. Ja. Gut. Ich muss jetzt eine Folge aussetzen, das ist geilo. Okay, der Friedhof darf weiter brennen, der ist okay. Der darf gerne in Flammen stehen. Ich finde es nicht gut, dass ich jetzt aussetzen muss wieder einen Tag. Das ist auch nicht cool. Überhaupt nicht cool. Du hast doch gar nichts gemacht. Ja. Es ist halt hier überall Dirt in den Wegen drin, aber besser als hier dieser komische rote Zerstörungsstein. Das ist doch echt echt nervig. Ja. Ich nehme gleich noch eine Folge auf. Ja, kannst du machen. Musst du ja nur folgenmäßig aussetzen. Ja, das ist nervig. Obwohl, du darfst auch erst, darfst du nicht erst morgen aufnehmen, wenn dich jemand gerettet hat am Friedhof? Oder betrifft es echt nur das Hochladen? Das betrifft nur das Hochladen. Ach so. Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe mal gefragt und es hieß, du darfst da nicht hochladen. Mehr wurde mir nicht gesagt. Okay. Ich habe nochmal nachgefragt gehabt. Ich sage ja nichts dagegen. Ich sage das nur, falls jetzt jemand an dir meckert, mir wurde das so gesagt. Okay. Genehmigt. Ich sollte meine Sachen dann auch wiederbekommen, weil ja, die liegen ja am Spawn bei uns. Obwohl ich so eine gute Wurstung habe. Warum sind da fünf Millionen Monster? Warst du schon in einer anderen Dimension? Nein. Ey, ich schon. Ich traue mich da nicht rein. Ich wollte meine Truhen endlich mal sortieren, weißt du? So. Ja, ich will ein bisschen die Stadtmauer bauen. Das ist ja auch eine Aufgabe für deine Stadt. Ja, das müsste ich mir auch noch machen. Genau. Naja. Ich habe mich halt jetzt erst mal so ein bisschen darum gekümmert, dass die Seuche aus unserer Stadt vertrieben wurde. Du bist so sozial. Vielleicht mache ich es in den Wegen. Tausche ich das mit Kobbel aus? Ich tausche es einfach mit Kobbel aus. Ein einfacher. Sieht auch ein bisschen schöner aus. Ja. Ja, ich mache generell nur so eine Baubaufolge. Deswegen ist es eh gut, wenn ich dich hier gerade so erwische. Ja, ich glaube, ich mache dann hier bei mir einen Cut. Ach, du machst deine Folge sogar gerade auch noch. Warte, ich mache jetzt den Cut. Ciao, Leute. Tschüss, Leute. Ich muss aussetzen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach ein Schwarzbild oder so. Das seht ihr dann. Tschüss, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020